Grüße auf dem Kanal Max Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. Emma fühlte sich so gut wie seit langem nicht mehr. Sie hatte eine kurze Nacht hinter sich, aber Jack war gastfreundlich und der Speck und der Kaffee, den sie gerade gefrühstückt hatte, waren köstlich. Jetzt lehnte sie sich auf dem Sofa zurück und entspannte sich. Es war ihr dritter Tag bei Jack und alles lief gut. Dann begann Jacks Telefon zu piepen, als ob er Textnachrichten empfangen würde. Es piepte ein paar Mal und Emma dachte, es könnte wichtig sein. Emma nahm das Handy aus dem Ladegerät und öffnete es. Jack hatte kein Passwort eingegeben, er sagte, er habe nichts zu verbergen. Emma sah sich die Textnachrichten an und es gab ein paar neue von Lily, Jacks Frau, die in Mexiko ein Projekt für ihre Kirche durchführte. Die erste Nachricht lautete, Laura hat mir erzählt, dass du mit jemandem schläfst? Du Mistkerl. Wie gefällt es dir, wenn der Schuh am anderen Fuß sitzt? Die anderen waren Fotos einer Frau, von der sie annahm, dass sie Lily war, obwohl sie sich nie getroffen hatten. Auf den Fotos hatte Lily mit zwei Männern gleichzeitig Sex. Genau in diesem Moment klingelte es an der Tür. Emma öffnete und sah eine Frau in einem Kleid und einen Polizisten in Uniform. Sie drängten sich hinein und die Frau sagte, ich bin vom Cepoas. Wir nehmen sie zu ihrer eigenen Sicherheit aus diesem Haus und bringen sie vorübergehend in einer Pflegefamilie unter. Emma wollte zurückweichen, aber der Polizist und die Frau von der Kriminalpolizei packten sie an den Armen und zogen sie zur Tür. Emma wehrte sich, aber sie zogen sie weiter. Dann rannte Jack aus dem Schlafzimmer und schrie, lass sie los, was zum Teufel machen sie da? Als er zum Ort des Geschehens eilte, wurde er von einem Polizeibeamten mit einem Elektroschocker getroffen. Emma schrie weiter, schaffte es aber schließlich zu schreien, das Jugendamt kann mich nicht abholen, ich bin ein Erwachsener. Lassen Sie mich los! Die Cepoas-Dame sah schockiert aus und der Beamte ließ Emma mit einer freien Hand los. Emma schlug der Cepoas-Frau ins Gesicht, drehte sich dann zu dem Polizisten um und fragte, warum versuchen Sie mich zu entführen? Jack kam durch den Elektroschocker wieder zur Besinnung. Er sprang auf, stürzte sich auf den Polizisten und stieß ihn zu Boden. Der Polizist schaffte es, seine Waffe zu ergreifen und zu schießen, wobei er Jack an der Schulter traf. In diesem Moment stürmten zwei weitere Polizisten in das Haus und legten Jack und Emma Handschellen an. Emma sagte, Diese Leute haben versucht, mich zu entführen. Das Jugendamt sagte, sie würde mich in eine Pflegefamilie geben. Ich bin doch erwachsen. Ich glaube, sie wollten mich verkaufen. Jack versuchte zu helfen, aber ein anderer Polizist schoss auf ihn. Jack sagte, Ich brauche sofort einen Krankenwagen. Ein Krankenwagen wurde gerufen. Als die Polizei draußen einen Schuss hörte und ein paar Minuten später eintraf, warf der Sanitäter einen Blick auf die Situation und rief, Was zum Teufel? Was für ein Idiot hat diesem Mann die Hände auf den Rücken gefesselt, während ihm in die Schulter geschossen wurde? Gibt es denn keinen IQ-Test für Polizisten? Nehmt ihm sofort die Handschellen ab. Einer der Polizisten drehte Jack auf seine schmerzende Schulter, um ihm die Handschellen abzunehmen. Jack schrie vor Schmerz. Emma schrie, Hören Sie auf, ihm weh zu tun. Meine Mutter ist Anwältin, und sie wird sie alle dafür bezahlen lassen. Warum sind Sie überhaupt hier reingeplatzt? C.P.S., ich bin erwachsen. Die Frau, die an der Tür stand, grinste. Ich habe sie gerufen. Ich habe gesehen, was hier passiert ist, während die Frau dieses Mannes dem Herrn diente. Emma sagte zu Jack, Finde Ihren Namen heraus. Zwei weitere Polizisten betraten das Haus, diesmal in zivil. Einer von ihnen fragte, Was ist denn hier los? Emma sagte, Diese beiden haben versucht, mich zu entführen, und als mein Vater helfen wollte, hat er ihn erschossen. Ich will, dass sie verhaftet werden. Der Polizist sagte, Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Er wandte sich an die Cepers-Dame, die er erkannte. Warum sind Sie hier? Wir bekamen einen Anruf, dass ein Kind in Gefahr sei und ein Mannes mit einer Waffe bedrohe. Also kamen wir, um sie abzuholen. Und dann war die Hölle los. Emma schrie, Ich bin erwachsen, du Idiot! Und das ist mein Vater. Die Sanitäter rollten Jack auf einer Bahre heraus. Emma rannte auf ihn zu. Wird er wieder gesund? In ein paar Tagen sollte er wieder gesund sein, sagte der Sanitäter. Die Beamten fragten, ob Emma mit ihm im Krankenwagen mitfahren könne. Die Männer in Zivilkleidung sagten gleichzeitig ja. Dann forderten sie alle auf, sich zu setzen. Einer ging zur Tür hinaus und fing eine Frau ein, die sich über die Straße zurückzog. Er brachte sie zurück und nahm die Aussagen aller Beteiligten auf. Einen Tag später befanden sich Jack und Emma in einem Krankenhauszimmer und sprachen mit einem Mann im Anzug. Er sagte, Ich habe Kopien von allen Aussagen. Die CPS-Dame ist dabei, entlassen zu werden. Der Polizeibeamte, der auf sie geschossen hat, wurde bis zum Abschluss der Ermittlungen suspendiert. Die Frau Carol hat zugegeben, dass sie sie angerufen hat, ohne wirklich zu wissen, was los ist. Ihr wird etwas vorgeworfen, aber wir sind nicht sicher, was genau. Emma sah sehr ernst aus und umarmte Jack. Sie hat noch etwas anderes getan, Dad. Sie hat Lilly erzählt, dass du mit jemandem geschlafen hast. Ich habe gerade auf dein Handy geschaut, bevor das alles passiert ist. Es tut mir so leid, Dad. Jack sah sich die Fotos an und die Tränen begannen zu fließen. Nun, das war's dann. Mach ein bisschen Papierkram. Wie du weißt, habe ich einen soliden Ehevertrag. Lass sie am Flughafen zustellen, wenn sie am Freitag landet. Wenn du eine einstweilige Verfügung erwirken kannst, gibt es keinen Ausweg mehr. Finden sie außerdem heraus, wen wir verklagen können. Und tun sie das. Zunächst einmal hat Carol mich und Emma verleumdet. Jim, ein Anwalt, sagte, Oh, das ist schon in Arbeit. Wir verklagen sie, die Frau vom CPS, den Polizisten, der auf dich geschossen hat, das CEPAS und die Polizei. Wir verklagen auch den Polizisten, der die Handschellen angelegt hat. Der Sanitäter will das unbedingt miterleben. War ihr Sicherheitssystem eingeschaltet? Jack lächelte. Sicherlich. All das ist in der Cloud. Ich muss Schmerzmittel nehmen und mich ausruhen. Danke, Jim. Einige Stunden später traf Valerie, Jacks persönliche Sekretärin, ein, um ihn über geschäftliche Angelegenheiten zu informieren. Mach dir keine Sorgen, Jack. Ich habe mich mit den Projektleitern in Verbindung gesetzt und wir werden alles regeln, bis sie wieder an die Arbeit gehen können. Heute haben wir die endgültigen Genehmigungen für das Ironwood-Projekt erhalten, sodass wir mit dem Bau der Musterhäuser beginnen werden. Aber ihr sagt, wir könnten in zehn Wochen mit dem Verkauf beginnen. Ich bin bereits dabei, einen Zeitplan für den Handel aufzustellen. Sie müssen ein Paket für diese Einheit schnüren. Es sollte große Boni für alle geben. Aber ihr sagt, wenn du nicht einverstanden bist, sollte ich dir auf die Schulter schlagen. Übrigens, ich könnte bald Hilfe brauchen. Wir haben derzeit vier Einheiten in Betrieb und zwei weitere warten auf die Genehmigung. Das mit Lilly hat mir leidgetan. Oh, danke, Valerie. Du weißt immer, was du sagen musst, um mich aufzuheitern. Ich lasse mich vielleicht scheiden, aber wenigstens bin ich nicht arm. Wir haben eine Ehebruchsklausel in unserem Ehevertrag und die ist wichtig. Ich werde Jim eine Kiste mit Pfählen schicken müssen. Wenn sich die Lage beruhigt hat, will meine Tochter Emma vielleicht ihre Assistentin werden. Okay, Boss. Ich kümmere mich darum. Ich muss zurück ins Büro. Gute Besserung. Drei Tage später stieg Lilly aus dem Flugzeug und ging zur Gepäckausgabe. Als sie dort ankam, kamen zwei Männer auf sie zu. Hallo, Jim. Ich schätze, mein betrügerischer Ehemann wollte mir nicht gegenübertreten. So ein Feigling. Ich glaube nicht an eine Scheidung, aber ich bin mir nicht sicher, ob unsere Ehe das überleben kann. Jim reichte ihr einen großen Umschlag. Nun, ich bin sicher, dass es unmöglich ist, Frau Kork. Sie haben eine Vorladung erhalten. Der zweite Mann filmte gerade ein Video. Jim fuhr fort. Außerdem befindet sich in dem Umschlag eine einstweilige Verfügung. Sie dürfen sich weder ihrem Haus noch Jack auf weniger als 500 Fuß nähern. Kopien der Fotos, die sie freundlicherweise geschickt haben, sind in dem Umschlag. Jack hat eine Beschwerde unter dem Artikel Ehebruch eingereicht. Es gibt auch einen Brief von Jack. Der Ehevertrag wird zu 100% respektiert. Als Jim ging, rief Lilly, das kann er nicht machen. Er hat zuerst betrogen. Jim drehte sich einfach um und sagte, lesen Sie den Brief und verstoßen Sie nicht gegen die einstweilige Verfügung, sonst landen Sie im Gefängnis. Cindy war schockiert. Sie holte ihr Gepäck und nutzte den kostenlosen Shuttle zu einem nahegelegenen Hilton Hotel. Als sie versuchte, ein Zimmer zu mieten, funktionierte keine ihrer Karten. Schließlich gelang es ihr, ihre Debitkarte zu benutzen. Dann ging sie in ihr Zimmer, holte sich etwas Schnaps aus dem Minikühlschrank und setzte sich, um den Brief zu lesen. Cindy, ich nehme an, du warst schockiert, dass du am Flughafen bedient wurdest. Damit hättest du eigentlich rechnen müssen. Schließlich hast du mich mit zwei Männern gleichzeitig betrogen und mir dann Fotos geschickt. Beth hat sie mir gezeigt, als ich nach einer Schusswunde im Krankenhaus lag. Ich hoffe, dass ich wieder zu Hause bin, wenn du dies liest, aber ich weiß es nicht genau. Beth hatte ein paar Prellungen, aber sonst ging es ihr gut. Abgesehen von dieser Scheidungsklage haben viele andere Menschen Probleme. Leben sind ruiniert und das alles wegen dir und deiner selbstgefälligen Freundin Carol. Carol hat dir nicht nur erzählt, dass ich dich betrüge, was übrigens nicht der Fall war, sondern sie hat auch das Jugendamt auf Beth angesetzt, was dazu führte, dass ich getasert und verletzt wurde und viele Karrieren ruiniert wurden. Wir verklagen sie nur, damit du es weißt, zusammen mit dem Idioten vom CPS, dem Polizisten, der auf mich geschossen hat und einigen anderen, einschließlich der beiden Männer, die bei dir waren. Zu diesem Zeitpunkt weinte Cindy bereits und stand praktisch unter Schock. Sie las weiter. Ich glaube, ich sollte dir Beth vorstellen. Du erinnerst dich vielleicht daran, dass ich dir bei unserem ersten Treffen erzählt habe, dass meine letzte Freundin Marsha mich auf eine sehr öffentliche und ekelhafte Weise verlassen hat. Es stellte sich heraus, dass sie deshalb nicht zu mir kommen konnte, um mir zu sagen, dass sie schwanger war. So kam es, dass ich eine Tochter bekam, von der ich nie wusste, dass ich sie hatte. Beth, meine Tochter, hat ihre Mutter schließlich davon überzeugt, ihr zu sagen, wer ihr Vater ist, ein paar Tage nachdem du gegangen warst. Sie klopfte an meine Tür. Ich war so froh, von ihr zu erfahren. Wir wollten eigentlich warten, bis du zurückkommst, um darüber zu sprechen, denn diese Dinge müssen von Angesicht zu Angesicht besprochen werden. Ich weiß, dass du Beth mögen würdest. Dann dachte deine Freundin Carol, ich hätte eine Affäre mit meiner Tochter und schickte dir ein paar Fotos von Beth und mir, wie wir uns umarmen. Carol hat diese Fotos durch unser Fenster aufgenommen, sodass auch sie beschuldigt wurde, ein Spanner zu sein. Jedenfalls habe ich auf Anraten meines Anwalts alle unsere Kreditkarten abbezahlt und gekündigt. Ich habe 2500 Dollar auf dem Girokonto gelassen, weil es im Ehevertrag stand. Oh, und du verbreitest Gift. Ich habe mit dem Pastor gesprochen, als er mich hier im Krankenhaus besuchte. Er erkannte die beiden Männer auf den Fotos. Ich glaube, ihre Heimkehr war nicht ganz das, was sie sich erhofft hatten. Die Ehegatten verstehen diese Dinge einfach nicht. Beide Ehefrauen haben die Scheidung eingereicht und sie haben Beweise für ihre Behauptungen vorgelegt. So viele Leben sind durch sie ruiniert worden. Ich hoffe, ihr habt auf dieser Reise viel Gutes getan, denn ihr habt hier massive Zerstörung hinterlassen. Ich erwarte, dass wir uns das nächste Mal vor Gericht treffen werden. Deine Mutter hat dein Auto und sie weiß, was hier los ist. Sie war ein wenig schockiert über die Fotos, hat sich aber bereit erklärt, dich aufzunehmen, wenn du eine Unterkunft brauchst. Wenigstens haben wir keine Kinder. Die Männer, mit denen du Sex hattest, haben jedoch Kinder und jetzt werden sie ihre Kinder nur bei gerichtlich genehmigten Besuchen sehen. Wenn du dich entscheidest, in unsere Kirche zurückzukehren, wirst du es wahrscheinlich sehr kalt finden. Nach meiner Zählung haben sie und Carol das Leben von mindestens einem Dutzend verschiedener Menschen ruiniert. Ich wünsche ihnen einen schönen Tag. John Cindy stieß einen Urschrei aus und brach schluchzend auf dem Boden zusammen. Die Leute im Nebenzimmer riefen die Rezeption an. Ein paar Minuten später klopfte es an der Tür. Als sie nicht antwortete, benutzte die Managerin die Universal-Schlüsselkarte, um das Zimmer zu betreten. Sie setzte sich auf den Boden, umarmte Cindy und sagte leise, Was ist denn los, Schatz? Sag mir, was los ist. Der Brief lag neben Cindy auf dem Boden. Sie reichte ihn der Managerin, die Cindy in den Arm nahm und den Brief las. Oje, ich habe es in der Zeitung gelesen. Es sieht so aus, als würde es nur noch schlimmer werden. Lass uns dich heute Abend ins Bett legen. Ich werde dein Zimmer aufräumen und dir etwas zu essen schicken. Du musst etwas essen. Außerdem werde ich jemanden beauftragen, ein paar Mal nach dir zu sehen. Ruhen Sie sich etwas aus. Als sie ging, schloss sie den Mini-Kühlschrank ab. Sie wollte nicht, dass Cindy sich betränkt. Jack wurde am Samstagmorgen entlassen und kam in einem gemieteten Krankenhausrollstuhl nach Hause. Sie ließen ihn im Wohnzimmer zurück. Er hatte einen Gips an seinem Arm und eine Schlinge, die eine Zeit lang dort bleiben sollte. Emma kümmerte sich um ihn und wurde von ihrer Mutter begleitet. Marsha erklärte, wie sie einen Monat später feststellte, dass es ein großer Fehler war, ihn zu verlassen und dass sie es seitdem bereut hatte. Sie war nie verheiratet gewesen und Emma sagte, dass sie sich nur selten verabredete. Sie und Jack unterhielten sich, als es gegen 15 Uhr Uhr an der Tür klingelte. Emma öffnete sie. Es war eine ältere Frau. Kann ich Ihnen helfen? Die Frau sagte, bitte erschießen Sie nicht den Boten. Ich bin die Mutter von Cindy. Sie wollte selbst kommen, aber sie hat eine einstweilige Verfügung. Kann ich reinkommen? Jack sagte, er lasse sie rein. Als sie eintrat, fragte Jack, wie geht es dir, Mom? Du weißt, ich habe dich immer gemocht. Es tut mir leid, dass das zwischen uns gekommen ist. Danke, dass du vorbeigekommen bist, Gene. Gene lächelte. Ich hatte Angst, dass du mich erschießen würdest. Ich bin froh, dass du mich nicht hast. Wie geht es dir? Körperlich geht es mir gut, psychisch nicht so gut. Gene wandte sich an Emma und Marsha. Danke, dass ihr ihm geholfen habt. Dies ist eine schwierige Zeit für alle. Cindy ist ein echtes Wrack, obwohl Carol diese Katastrophe ausgelöst hat. Cindy ist sich bewusst, dass sie den größten Teil des Schadens zu verantworten hat. Sie hat keine Entschuldigung für das, was sie getan hat. Sie versteht es selbst nicht wirklich. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was sie sich dabei gedacht hat. Marsha sagte, ich bin Anwältin für Familienrecht. Ich sehe solche Dinge zu oft. Es ist nie eine logische oder vernünftige Erklärung. Wenn die Menschen immer logisch und vernünftig wären, würde so etwas nie passieren. Mein Kollege nennt das einen sofortigen Idiotenangriff. Eine solche Person fühlt sich hinterher immer schrecklich, aber meistens ist es dann schon zu spät. Oftmals scheinen Ehen großartig zu sein, bis es zu einer Explosion kommt. Dann ist nichts mehr übrig als ein Feuerball. Es geschieht so schnell und ohne Vorwarnung, dass keine Zeit bleibt, es aufzuhalten. John schlief und dann bumm, die Polizei, die ZPS-Leute, die Verletzung und die Fotos. Sein Welt explodierte innerhalb von Sekunden. Er hatte keine Chance. Ich verstehe das, sagte Gene, und meine Tochter tut es auch. Sie hat eine SMS von ihrer Freundin erhalten und in Sekundenbruchteilen eine schreckliche Entscheidung getroffen. In diesem Moment wurde sie von ihrer Wut kontrolliert. Wie auch immer, ich bin nur vorbeigekommen, um ein paar ihrer Sachen abzuholen. Darf ich? Marsha stand auf. Beth, bleib bei Jack. Ich werde Gene helfen. Jack fragte Emma, was ist mit deiner Mutter passiert? Sie hat so getan, als wäre sie in mich verliebt, hat mich aber trotzdem verlassen. Außerdem hat sie es schreiend in der Öffentlichkeit getan und mich mit allen möglichen ekelhaften Namen beschimpft. Jetzt ist sie so süß. Hat sie vor, mir wieder das Herz zu brechen? In Anbetracht der aktuellen Situation habe ich ein wenig Angst, es dir zu sagen. Emma begann, ein paar Mal durch den Raum zu gehen. Sie begann etwas zu sagen, verstummte dann aber. Schließlich blieb sie neben dem Bett stehen. Gut, ihre Mitbewohnerin hat dich mit einer anderen Frau gesehen. Mum wurde wütend und schrie dich an. Danach hast du ein paar Mal versucht, sie anzurufen, aber sie hat sich nicht gemeldet. Ein paar Wochen später gingen sie und ihre Mitbewohnerin spazieren und die Mitbewohnerin zeigte auf die Frau, von der sie dachte, dass du deine Mutter mit ihr betrügst. Mum erkannte diese Frau. Es war deine Schwester. Mum versuchte, dich an diesem Abend anzurufen, aber die Nummer war nicht mehr in Betrieb. Ein paar Tage später kam sie zu dir nach Hause und die Nachbarin erzählte ihr, dass du die Schule abgebrochen, die Schule gewechselt und ausgezogen bist. Wohin, das wusste sie nicht. Es war also genau dasselbe wie jetzt. Sie hat gehört, dass ich fremdgegangen bin und hat meine Welt in die Luft gejagt, ohne sich die Mühe zu machen, das zu überprüfen. Großartig! Wie konnte ich nur das Glück haben, mit zwei solchen Frauen in Kontakt zu kommen? Sagte Jack. Es tut mir leid, Dad, aber es war nicht ganz dasselbe. Kein Rache, Sex. Meine Mutter hat mir sogar erzählt, dass sie noch nie mit einem anderen zusammen war, weder vor noch nach ihrer Hysterie. Du bist der einzige Mann, mit dem sie je zusammen war und ja, sie liebt dich immer noch. Jack war sprachlos. Ein paar Minuten später kamen Marsha und Sheen mit drei Koffern und einem Müllsack die Treppe herunter. Marsha sagte, ihre Kleidung ist in den Koffern und ihre Sachen wie Shampoo und Kosmetika sind in ihrer Tasche. Das ist gut, sagte Jack und winkte mit der Hand zur Tür. Nachdem Marsha Jean beim Eintauchen geholfen hatte, kehrte sie zurück. Ich sollte wahrscheinlich gehen. Ich wollte nur kurz nach Emma sehen. Okay, sehen wir uns auch ein bisschen an, sagte Jack und nahm ihre Hand. Warum praktizieren sie Familienrecht? Das scheint ein trauriges Spezialgebiet zu sein. Nun, ich habe selbst einige Fehler gemacht und ab und zu habe ich die Gelegenheit, jemandem zu helfen, ähnliche Fehler zu vermeiden. Sie sind also hier, um mich davon abzuhalten, einen Fehler zu machen? Leider nein. Ich bin nur hier, um zu helfen, da sie sich noch erholen. Außerdem hat eine Frau von gegenüber behauptet, sie hätten eine Affäre mit meiner Tochter. Zweitens hätte ich vor einer Woche oder so bei ihrer Frau sein müssen, damit ich helfen kann. Leider war ich nicht da und sie ist zu weit gegangen. Wenn sie sich nur völlig lächerlich gemacht hat, indem sie eine unschuldige Person an einem öffentlichen Ort angeschrien hat, kann ich vielleicht etwas tun, um mir zu helfen. Interessanter Vergleich. Können sie das näher erläutern? Du weißt genau, wovon ich spreche. Sie haben mir gesagt, dass du mich betrügst. Du erinnerst dich sicher noch, wie ich dich verlassen habe. Du hast versucht anzurufen, aber ich habe nicht abgenommen. Dann habe ich herausgefunden, dass diese Frau deine Schwester ist. Dann habe ich schon versucht, dich anzurufen, um mich zu entschuldigen, aber deine Nummer funktionierte nicht mehr. Ich ging zu deinem Haus, aber du warst nicht mehr da. Ja, seitdem bereue ich es jeden Tag. Jetzt kann ich endlich sagen, wie leid es mir tut. Okay, das macht Sinn. Wenn du dachtest, ich hätte eine Affäre mit meiner Schwester, verstehe ich, warum du glaubst, ich hätte eine Affäre mit Emma. Bitte lach mich nicht aus. Falls Beth es dir nicht gesagt hat, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich möchte mich noch einmal entschuldigen. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass du verheiratet bist. John lächelte jetzt. Nicht für lange. Cindy wurde bereits vorgeladen, wir sind also rechtlich getrennt, wie du wahrscheinlich weißt. Beth hat auch gesagt, dass du schon lange nicht mehr mit jemandem zusammen warst. Vielleicht können wir das in Ordnung bringen, wenn meine Scheidung rechtskräftig ist und wir beide noch interessiert sind. Marsha lächelte jetzt. Wenn meine liebe Tochter dir das erzählt hat, hat sie wahrscheinlich auch gesagt, dass ich noch nie mit jemand anderem als dir Sex hatte. Wenn du mich jemals brauchst, bin ich immer für dich da. Außerdem, da ich dir all die Jahre treu war, verstehst du wahrscheinlich, dass ich dich in Zukunft nie betrügen werde. Genug davon, sagte Emma. John muss ein paar Pillen nehmen und ins Bett gehen. Mama, du wirst helfen, bis es John besser geht. Hilf ihm, sich einzurichten und wir sehen uns dann morgen früh. Am nächsten Morgen unterhielten sich John und Marsha. Marsha sagte ihm, ich habe den Kontakt zu dir verloren, als du auf eine andere Schule gewechselt bist, aber ich habe nie vergessen, was ich einem wunderbaren Mann angetan habe. Ich habe mich immer gefragt, wo du bist. Ich dachte, wenn ich dich finde und mich entschuldige, würdest du mir vielleicht verzeihen. Nachdem ich mein Jurastudium abgeschlossen und angefangen hatte zu arbeiten, erzählte ich meine Geschichte meinem Seniorpartner. Er sagte, er würde mir helfen und beauftragte den Detektiv unserer Kanzlei mit der Suche nach dir. Der Detektiv hat dich ohne Probleme gefunden. Er fand auch heraus, dass sie verheiratet waren. Mein Seniorpartner hatte einen Freund aus dem Studium, der in einer Kanzlei in ihrer Gegend arbeitet. Er hat mir hier einen Job besorgt. Seitdem arbeite ich in einer Kanzlei, die nur ein paar Kilometer entfernt ist. Vor einigen Jahren wurde ich Partner. Von Zeit zu Zeit gelang es mir, einen Blick auf dich zu erhaschen. Ich wollte dich nicht noch mehr verletzen, also habe ich dich nie kontaktiert. Als Beth 18 wurde, habe ich schließlich nachgegeben und ihr gesagt, wer du bist. Das hat dich wieder sehr verletzt. Es hat sich herausgestellt, dass ich die ganze Zeit dumm war. Es tut mir leid, John. John unterbrach sie. Nun, mein Onkel Jim Pearson sieht das nicht so. Er hat mir erzählt, dass er siebenmal vor Gericht gegen dich angetreten ist und nur einmal gewonnen hat. Er ist ziemlich schlau, wenn du also fast immer gewinnst, kannst du nicht dumm sein. Ja, Jim Pearson ist ein guter Anwalt, aber die Male, die ich ihm begegnet bin, war er nicht auf der richtigen Seite einer Scheidung. Ich wusste nicht, dass er dein Onkel ist. Ich bin ein ziemlich guter Anwalt. Dumm bin ich nur, wenn es um dich geht. Eine Woche später war Marsha in ihrem Büro, als sie einen Anruf erhielt. Cindy Koke ist hier. Sie möchte sie sehen. Sie hat keinen Termin. Die Assistentin führte Cindy hinein und schloss die Tür hinter ihnen. Sie führte Cindy zu einem Stuhl am Tisch und setzte sich auf das Sofa. Cindy sagte, Danke, dass Sie mich empfangen. Warum sind Sie hier, Mrs. Koke? Ich brauche Ihre Hilfe. Man hat mir gesagt, dass Sie der Beste in Sachen Versöhnung sind. Ich war wirklich dumm und ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe, aber ich will meinen Mann nicht verlieren. Wissen Sie, wer ich bin? Ja, Sie sind Marsha Campbell. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, bei denen ich arbeite und sie sagten, dass sie die beste Scheidungsanwältin der Stadt sind und dass sie auch versuchen, die Leute zu versöhnen, wann immer es möglich ist. Nun, Frau Kork, es ist alles wahr. Ich glaube, ich bin der Beste. Allerdings hat Ihre Studie einen wichtigen Punkt übersehen. Ich bin auch Beets Mutter. Cindy verlor das Bewusstsein und ließ sich langsam zu Boden gleiten. Als sie wieder zu sich kam, lag ihr Kopf auf Marshas Schoß und Joan, die Assistentin, wischte ihr Gesicht mit einem kalten, feuchten Tuch ab. Marsha lächelte sie an. Willkommen zurück, Cindy. Ich glaube, du warst müde und bist für ein paar Minuten eingeschlafen. Normalerweise habe ich nicht diese Art von Einfluss auf die Leute. Es ist Eis in diesem Lappen. Wir wollen uns ein wenig um dich kümmern. Möchtest du etwas Wasser? In der Flasche befand sich ein Strohhalm und Cindy nahm ein paar Schlucke. Warum sind sie so nett zu mir? Als sie sagten, sie seien Beets Mutter, habe ich Panik bekommen. Danke, Joan. Joan gluckste leicht. Ja, wenn Menschen das Bewusstsein verlieren, ziehen wir sie normalerweise aus und lassen sie in einer Gasse liegen. Mara hat beschlossen, bei dir eine Ausnahme zu machen. Du bist sehr hübsch, also können wir dich an ein kolumbianisches Bordell verkaufen. Mara bedeckte Johns Mund mit ihrer Hand. Joan, hör auf. Tut mir leid, Cindy. Joan hat einen sehr seltsamen Sinn für Humor, aber normalerweise ist sie ganz nett. Wir haben ein paar Knöpfe und einen Gürtel aufgemacht, aber warum so ein Schock? Mein Gesicht lässt die Leute normalerweise eher ersticken, als in Ohnmacht fallen. Ich weiß genau, was du über mich denken musst. Normalerweise bin ich nicht so dumm und schrecklich, wie ich es noch vor kurzem war. Ich habe meinen Mann verloren und eine Menge Leute verletzt. Tief im Inneren weiß ich, dass ich Joan nicht zurückbringen kann, aber ich möchte die Dinge irgendwie wieder gut machen und vielleicht Freunde sein. Ich habe schon vielen Leuten zugehört. Ich glaube, ich kann jetzt aufstehen. Gut, setzen Sie sich wieder auf Ihren Stuhl. Ich muss anrufen. Marsha nahm ihr Handy heraus und drückte die Kurzwaltaste. Beth, wie geht es, Joan? Okay, gib ihm das Telefon. Joan, wie geht es dir? Nun, nimm eine Tablette. Du wirst sie brauchen. Ich muss dich etwas fragen. Ich bin mit Cindy hier. Sie kam in mein Büro, ohne zu wissen, dass ich Bates Mutter bin. Sie hat akzeptiert, dass du sie nicht zurücknimmst, aber ich möchte, dass ihr Freunde bleibt. Du magst ihre Mutter. Ich habe gehört, wie du sie Mum genannt hast. Du hast eine Geschichte. Cindy ist nicht gefährlich. Bitte rufen Sie ihren Onkel an und bitten Sie ihn, die Sperre aufzuheben. Das ist nicht nötig. Bitte betteln Sie. Okay, danke. Ich habe Sie zum Essen eingeladen. Wir sehen uns bald. Du kommst heute Abend zum Essen, nicht wahr, Cindy? Ähm, ich denke, okay. Um sieben? In der Zwischenzeit kannst du Beth treffen? Joan starte das Telefon an, als würde es sich gleich in eine Schlange verwandeln. Was zum Teufel? Mara und Cindy sind jetzt Freunde und sie hat Cindy zum Essen eingeladen. Ich glaube, ich stecke in großen Schwierigkeiten. Kennst du diese angehende Mutter? Ich glaube, sie will sicher gehen, dass es mit dir und Cindy wirklich vorbei ist, bevor Mom versucht, bei dir einzuziehen. Mom hat tatsächlich Moral, sonst hätte sie das schon vor Jahren versucht. Gut. Mit Cindy und mir ist es definitiv vorbei. Es geht nicht nur um Sex. Sie ist wegen der Nachricht ausgeflippt und hat nicht einmal versucht, zu überprüfen, ob es wahr ist. In unserer Beziehung hat sie sich im Wesentlichen auf das Wort ihrer Nachbarin verlassen. Ich würde den Rest meines Lebens damit verbringen, mich zu fragen, wann es wieder passieren würde. Offensichtlich hatte sie kein Vertrauen und keinen Respekt vor mir. Sagen Sie mir, inwiefern sich das von dem unterscheidet, was Marshall getan hat? Okay, deine Mutter hat also nicht aus Rache mit zwei Männern geschlafen, aber sie hat Schluss gemacht, indem sie mich an einem offensichtlich öffentlichen Ort angeschrien hat, weil eine Freundin behauptet hat, sie hätte mich mit einer anderen Frau gesehen. Sie war bereit, mich ohne jeglichen Beweis zu verlassen, und zwar durch öffentliche Demütigung. Wieder kein Vertrauen und kein Respekt. Ich verstehe deinen Standpunkt, aber lass mich dich Folgendes fragen. Wenn deine Mutter ein paar Tage nach ihrem Fehler zu dir käme, würdest du sie zurücknehmen? Ja, ihr Fehler war ähnlich, aber ihre Reaktion war viel weniger verrückt. Viele Paare streiten sich, trennen sich und versöhnen sich bald wieder. So etwas kommt häufig vor, wenn man sich trifft und ist oft auf Missverständnisse zurückzuführen. Das zu tun, was Cindy getan hat und es nach 14 Jahren Ehe zu tun, ist nicht dasselbe. John dachte darüber nach. Okay, es ist wahr. Trotz der Ähnlichkeiten war das, was Cindy getan hat, unverzeihlich. Um die Frage zu beantworten. Ja, wenn Marsha mich eine Woche später gefunden hätte, mir erklärt hätte, was passiert ist und sich entschuldigt hätte, hätten wir uns versöhnt. Hey, ich habe sie geliebt. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich wieder angefangen habe, mich zu verabreden. Ich brauche noch eine Pille. Beth gab ihm noch eine Schmerztablette und er schlief ein. Mara kam gegen 17.00 Uhr nach Hause und John wachte auf, als sie ihn küsste. Er wachte auf, als sich ihre Lippen berührten, lächelte und sagte, das ist Gewalt. Ich bin nicht in der Lage, meinem Zustand zu widerstehen. Marsha lächelte nur. Nun, ich bin Anwältin. Verklagen Sie mich. Also, warum hast du Cindy zum Essen eingeladen und mich dazu gebracht, die Party abzusagen? Versuchst du, uns wieder zusammenzubringen? Ob ihr wieder zusammenkommt oder nicht, hängt nur von euch beiden ab. Ich habe kein Recht auf meine eigene Meinung. Ich habe sie eingeladen, weil ihr beide nicht mehr miteinander gesprochen habt, seit das alles passiert ist. All das ist passiert, weil es kein Gespräch gab. Ihr Freund hat ihr mehrere Nachrichten geschickt, in denen er sie beschuldigt hat, und sie hat gehandelt, ohne mit ihnen darüber zu sprechen. Ein einfaches Gespräch und all das hätte vermieden werden können. Ich weiß, dass Jim Pearson Scheidungsanwalt ist, aber wenn sie mein Mandant wären, würde ich darauf bestehen, dass sie sich von Angesicht zu Angesicht treffen. Das Scheitern fast jeder Liebesgeschichte beginnt entweder mit mangelnder Kommunikation oder einem Missverständnis. John hat nichts gesagt. Cindy kam um etwa zehn Minuten vor sieben. Sie klopfte nicht an, sondern ging einfach hinein und ging auf John zu. Beth fing sie ab. Warum klopfst du nicht an und versuchst nicht einmal, ihn anzufassen? Cindy blieb stehen und sagte, Kann ich mit dir allein sprechen? Es tut mir wirklich leid. John schüttelte den Kopf. Nein, du bist mit zwei Männern fremdgegangen, hast drei Familien auseinandergerissen und wegen deiner guten Freundin Carol fünf Kinder bei Gastvätern gelassen. Meine Tochter wurde verprügelt und in Handschellen gelegt. Ich wurde mit einem Elektroschocker getroffen, verwundet und in Handschellen gelegt. Ich werde auf keinen Fall mit ihnen allein sein. Außerdem gehört das Haus laut Ehevertrag mir und Beth hat recht. Du hättest anklopfen sollen. Morgen werde ich dafür bezahlen, dass die Schlösser ausgetauscht werden. Marsha betrat den Raum. Es sieht so aus, als ob alles so weit gut läuft. Wie geht es dir, Cindy? Schoan hat mich gebeten, Hallo zu sagen. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Mara richtet Schoan von mir aus, dass sie ein grausamer Mensch ist, aber das weißt du ja sicher. Ich versuche nicht, John zu verletzen. John, ich war dumm. Ich weiß nicht, warum ich getan habe, was ich getan habe. Ich bin nach Mexiko gegangen, um Gottes Werk zu tun, aber stattdessen habe ich das Werk des Teufels getan. Ich versuche nicht, dich zu zwingen, mich zurückzunehmen. Was ich getan habe, ist unverzeihlich. Ich hoffe nur, du hasst mich nicht. Wenn du eine Haushälterin oder eine Köchin oder irgendetwas anderes oder eine Krankenschwester brauchst, während du dich erholst, würde ich das gerne tun als eine Art Buße. Ich war schon letzten Sonntag in der Kirche. Ich habe mich öffentlich für das schreckliche Durcheinander entschuldigt, das ich angerichtet habe. Vielleicht werde ich ein Buch schreiben, wie man sein Leben in zehn Minuten ruiniert. Was bedeutet zehn Minuten? fragte Beth. Ich bin noch Jungfrau, aber ich denke, Sex sollte länger dauern. Das stimmt, aber wir hatten definitiv keinen Sex. Ich habe sie nur gebeten, mit mir zu posieren, damit ich die Fotos machen konnte. Es tut mir so leid, dass ich das getan habe. Ich habe es beiden Ehefrauen erklärt. Sie haben mich beide geohrfeigt. Ich mache ihnen keine Vorwürfe. Ich weiß nicht, ob meine Worte für sie eine Bedeutung haben. Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen. Dann sagte John, für sie mag es wichtig sein, weil sie es zufällig herausgefunden haben. Aber für mich ist es nicht so wichtig. Ja, es ist für mich unerträglich, dass du sie betrogen hast. Und es ist Betrug, wenn du nackt bist und zwei nackte Männer in dich eindringen, auch wenn es nur für einen Moment war. Es war schrecklich herauszufinden, dass meine Frau mich betrügt, aber noch schlimmer war, dass du mich absichtlich so sehr verletzt hast, wie du konntest, ohne mir auch nur die Chance zu geben, mich zu verteidigen. Du hast eine Nachricht von jemandem erhalten, dass ich dich betrüge. Anstatt mich zu kontaktieren, hast du mir ein Foto geschickt, das deine Untreue mit zwei Männern auf einmal beweist. Das ist etwas ganz anderes, als wenn jemand versucht, eine Affäre zu verheimlichen und dabei erwischt wird. Es so zu veröffentlichen, wie du es getan hast, bedeutet, dass du nicht mehr verheiratet sein wolltest. Kein Mann, der etwas auf sich hält, wird sich das gefallen lassen und sie zurücknehmen. Entweder wolltest du aus der Ehe raus und hast getan, was du tun musstest, um das zu erreichen, oder du hast so wenig Respekt vor mir, dass du dachtest, ich würde diese Situation akzeptieren. Ich versichere ihnen, wenn mir jemand sagen würde, dass sie fremdgehen, würde ich sie entweder zur Rede stellen oder nach echten Beweisen suchen. Vielleicht würde ich einen Privatdetektiv engagieren. Außerdem sind wir schon ziemlich lange verheiratet. Ich bezweifle, dass ich es ohne echte Beweise überhaupt glauben würde. Ich habe dich geliebt. Ich habe dir vertraut. Du hast nicht das Gleiche gefühlt. Jetzt weiß ich, dass ich dir nie wieder mein Herz anvertrauen kann. Ich verstehe. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, dass ich mich so verhalten habe. Da ich nicht weiß, warum ich es getan habe, wie kann ich versprechen, dass es nie wieder passieren wird? Bevor ich mich auf diese Reise begeben habe, hätte mich niemand davon überzeugen können, dass ich mich jemals so verhalten würde. Es ist, als ob ich mich selbst nicht kennen würde. John dachte einen Moment lang nach. Also, was werden sie jetzt tun? Wie sie wissen, sieht der Ehevertrag vor, dass der betrügende Ehepartner die Ehe mit dem verlässt, was er beigetragen hat, was in ihrem Fall 2500 Dollar waren. Sie werden sich einen Job suchen müssen. Haben sie eine Aussicht? Cindy schüttelte den Kopf. Nein, du weißt doch, dass ich fast eine höhere Ausbildung habe und mich auf Psychologie spezialisiert habe. Ich hätte einen Psychologen aufsuchen sollen, anstatt zu versuchen, einer zu werden. John lachte. Ich weiß nicht wahr, Psychologiestudentinnen im ersten Semester sind praktisch ein Klischee. Hey, wenigstens musst du dir keine Sorgen machen, dass ein früherer Arbeitgeber dir eine schlechte Empfehlung ausstellt. Vielleicht schreibt dir der Pfarrer eine Empfehlung, obwohl das unwahrscheinlich ist. Sie wissen auch, dass ich noch nie gearbeitet habe. Ich habe keine Ahnung, was für einen Job ich bekommen kann. Deshalb habe ich erwähnt, dass ich ihre Haushälterin und Köchin sein werde. Ich habe Erfahrung in dieser Position. Allerdings könnte es sein, dass ich von meinem früheren Arbeitgeber keine guten Referenzen bekomme. Ich habe meine Karriere ruiniert. Ja, es sieht aus wie ein Whirlpool, aber ich kenne ihren ehemaligen Arbeitgeber. Er ist kein schlechter Kerl. Vielleicht kann er helfen. John, du hast absolut keinen Grund, mir zu helfen. Ich habe diese Brücke nicht nur verbrannt, ich habe sie gesprengt. Lass mich darüber nachdenken und wir reden nach dem Essen darüber. Mara und Beth gingen zum Abendessen in die Vollen. Sie bestellten Pizza und Hähnchenflügel. Alle aßen auf Tabletts im Wohnzimmer, damit sie in Johns Nähe sein konnten. Sobald sie gegessen hatten, sagte John, Okay, Cindy, ich werde folgendes tun. Solange Onkel Jim und Marsha sagen, dass es mir nicht das Geschäft ruiniert, weißt du, dass ich einen großen Apartmentkomplex in der Lincoln Avenue gebaut habe und besitze. Dort gibt es immer freie Wohnungen. Ich werde dafür sorgen, dass du dort umsonst wohnst. Dann werden wir einen Job für dich finden. Marsha unterbrach ihn. Jo, und du willst den Ehevertrag nicht annullieren, also müssen wir einen Scheidungsantrag unterschreiben und einreichen, bevor du etwas unternimmst? Ich habe die Papiere bereits unterschrieben und sie Jim gegeben. Cindy sagte, Mara, ich weiß, dass du einen klaren Interessenkonflikt hast. Es gibt zwei Firmen in meinem Gebäude. Tim, ein Seniorpartner einer anderen Firma, schuldet mir einige Gefallen. Ich werde ihn bitten, das Dokument, das ich vorbereite, zu prüfen und auch eine Kopie der Scheidungspapiere von Jim zu bekommen. Jim ist ein guter Kerl und John auch, also bin ich sicher, dass die Scheidungspapiere in Ordnung sind. Aber jemand muss sie in ihrem Namen durchsehen. Ich rufe dich morgen an und gebe dir die Telefonnummer, nachdem ich mich mit Tim geeinigt habe. Sobald Cindy gegangen war, sagte Marsha, ich gebe es nur ungern zu, aber ich mag sie. Ja, sie war eine Zeit lang ein Idiot, aber sie ist kein schlechter Mensch. Du hast einen guten Geschmack bei Frauen. John lachte laut auf. Sicherlich? Naja, bis auf den Teil, wo sie die Beherrschung verlieren, wenn sie denken, dass ich sie betrüge. Ich weiß, John. Ich habe fast dasselbe getan, bis auf den Teil mit dem Sex. Du liebst sie immer noch, nicht wahr? Gewiss. Ich habe sie viele Jahre lang geliebt, aber ich kann nicht mit ihr verheiratet bleiben. Ich werde die Scheidung nicht aufhalten. Werden sie ihr einen Job besorgen? Vielleicht in einem ihrer Unternehmen oder bei jemandem, der ihnen etwas schuldet. Es gibt auch eine Stelle als Haushälterin, Schrägstrich Köchin, aber das hat nichts damit zu tun. Glaubst du, du könntest mir jemals verzeihen und mich wieder lieben, obwohl ich eine schreckliche Hausfrau und eine noch schlechtere Köchin bin? Ich glaube nicht, dass ich je aufgehört habe, dich zu lieben. Es ist eine Niederlage oder ein Sieg für mich, aber auf jeden Fall werde ich eine wunderbare Tochter von diesem Geschäft bekommen. Marsha sah nachdenklich aus. Ich werde den Mann, den ich liebe, schockieren. Ich liebe dich. Sie liebt dich und du liebst uns beide. Wie würdest du dich fühlen, wenn wir beide heiraten würden und Cindy dann mit meinem vollen Segen deine Freundin sein könnte? Beth hat praktisch geschrien. Mara, was hast du mit meiner Mutter gemacht? Mein ganzes Leben ist eine Lüge. Mara umarmte Beth. Ich glaube nicht, dass dir diese Idee gefällt. Es tut mir wirklich leid. Nein, die Idee ist brillant. Ich bin nur schockiert, dass du das vorgeschlagen hast, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob John und Cindy darauf eingehen würden. Nun, John ist ein Mann. Es kommt also darauf an, was für einen Kopf er benutzt. John schüttelte den Kopf. Nun, Marsha, wenn Sie über den Tellerrand hinaus schauen, dann schauen Sie wirklich über den Tellerrand hinaus. Und warum? Cindy kam in meine Kanzlei, weil sie gehört hatte, dass ich der beste Anwalt für Familienrecht in der Gegend bin, wenn es um Versöhnung geht. Darauf bin ich stolz. In diesem Fall ist der offensichtliche Stolperstein, der euch davon abhält, wieder zusammenzukommen, mein Widerwille, mit dir Schluss zu machen. Jetzt, wo ich sozusagen wieder da bin, ist das alles, was mir einfällt. Ich habe Cindy heute Abend eingeladen, um zu sehen, ob wir miteinander auskommen, denn es würde nicht funktionieren, wenn sie und ich uns streiten würden. Es hat sich herausgestellt, dass ich sie mag und ich glaube, sie mag sogar mich. Wäre das nicht ein Gewinn für alle? Glaubst du, du kannst mit zwei Frauen umgehen, wenn ich in letzter Zeit etwas gelernt habe, dann, dass ich nicht einmal mit einer Frau umgehen kann, geschweige denn mit zwei, ich kann mir schon vorstellen, wie sie den Zeitplan gestalten. Du könntest genauso gut eine Gabel in mich reinstechen. Ich bin fertig. Marzia beugte sich hinunter und drückte ihm einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen. Ich werde Cindy anrufen und ihr sagen, dass sie zurückkommen soll. Wir sollten sie wahrscheinlich alles fragen. Cindy kam etwa 40 Minuten später zurück. Sie setzte sich einfach auf das Sofa und sagte, Okay, warum musste ich zurückgehen? Das übernehme ich selbst. Beth sagte, Meine Mutter hat ein Angebot. Du hast dich ursprünglich an sie gewandt, weil sie als Schlichterin bekannt ist. Nun, sie hat eine Möglichkeit vorgeschlagen. Bis jetzt scheint ihr euch zu mögen. Ihr seid beide in Papa verliebt und auch wenn ihr ihn beide zu unterschiedlichen Zeiten gehört habt, Liebt ihr euch beide? Mom hat vorgeschlagen, Dad zu heiraten und du könntest die Nebenfrau sein. Was hältst du davon? Das ist das beste Angebot, das du bekommen kannst. Cindy begann zu weinen und fing bald an zu schluchzen. Mara und Beth saßen auf beiden Seiten von ihr und hielten sie fest. Es dauerte eine Weile, bis sie sich beruhigt hatte. Wenn John damit einverstanden ist, dann geht es mir bestimmt gut. Das ist viel besser, als ihn ganz zu verlieren. John stöhnte auf. Siehst du, Beth? Ich habe es dir gesagt. Ich bin tot. Ein paar Monate später war die Scheidung rechtskräftig. John und Marsha heirateten nicht, aber sie und Beth zogen bei John ein. John bekam das Haus auf der anderen Straßenseite, in dem Karol während des Prozesses wohnte. Alle anderen Rechtsstreitigkeiten wurden gegen eine ungenannte Summe beigelegt. Cindy zog in Carols altes Haus auf der anderen Straßenseite ein, sobald John sein Team beauftragt hatte, es zu renovieren. Cindy arbeitete für John als Haushälterin Schrägstrich-Köchin und Marsha und Cindy arbeiteten eine Art Zeitplan aus. Es stellte sich heraus, dass weder Marsha noch Cindy Sex zwischen zwei Frauen mochten, aber sie mochten beide Dreier. Am Ende war es also eine Win-Win-Situation für alle drei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020